Der Kaut-Auto kommt auf die Best-Buy, das wird wohl nicht mehr klang für Best-Buy, 15 Minuten 53, gilt es zu schlagen, das wird nicht passend. Eine Dreiergruppe hat sich hier vorne positioniert, aber es gibt ein unglaubliches Gewicht, wenn ich um den Krieg, der mit einer verbrühten Türmenlauf, größter Türmenlauf, der hält hier in Frankfurt, größte Türmenlauf, das ist die Morgenkarte, der wird aus der Kaut-Auto-Auto-Auto-Auto-Auto-Auto-Auto. Und da hat er uns den drei, aber das begrüße ich dazu, einen Applaus für der Anrufe der Welt, unser Gary Conner, dieses Ziel, das ist lustig, denn es ist ein Konkretlauf! Und die drei lauten ja auch mit Zusammensziel. Perfekt. Die drei. Danke voll.